Hallo, hier ist Christian, euer Fliesenexperte. Heute mit einer kleinen, aber feinen Holzoptik-Fliese, der Bordeus Roble. Die Bordeus Roble hat das Format 9,9 x 49,2 cm. Durch das kleine Format könnt ihr die Flächen besonders schön gestalten. Am besten kommt diese Fliese im Fischgrätenformat zur Geltung, das seht ihr hier. Man kann aber natürlich auch andere Verlegemöglichkeiten nutzen, zum Beispiel Kreuzverband, Halbverband oder der wilde und gemischte Verband. Die Bordeus Roble hat eine sehr natürliche Optik. Die Maserung variiert von Fliese zu Fliese. Insgesamt hat man aber einen relativ ruhigen Flächeneindruck. Ihr könnt die Fliese nicht nur auf dem Boden verwenden, man könnte sie zum Beispiel auch wunderbar als Küchenspiegel oder als Rückwand hinter dem Kaminofen nutzen. Auch von dieser Fliese haben wir natürlich ein Muster für euch parat, bestellt es euch bei uns im Shop und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren für weitere Infos rund um die Fliese. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.